Hallo und herzlich willkommen bei DuPackstas. Heute zeige ich euch, wie man eine Heizung verschwinden lässt und gleichzeitig eine praktische Ablagefläche baut. Bevor wir loslegen, hier aber erstmal das Wichtigste. Die Parkside-Produkte, die heute zum Einsatz kommen. Die Tischkreissäge, die Multifunktions-Cup-Zug- und Gehrungssäge, das 4 in 1 Akku-Kombigerät mit Bohrschrauber und Multifunktionsaufsatz, der Exzenterschleifer, die Tischbohrmaschine, das Airless Farbsprühsystem, Akkubohrhammer und der Nass-Trockensauger. Die Bauanleitung inklusive Materialübersicht mit genauen Maßen und Stückzahlen findest du wie immer bei uns auch auf der Webseite. Und nicht vergessen, unbedingt eine Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und beim Arbeiten mit Lautenwerkzeugen ein Gehörschutz tragen. Außerdem braucht ihr eine Staubschutzmaske, wenn ihr schleift oder lackiert. Beim Material für den Tisch könnt ihr frei wählen. Wir haben uns für eine Kiefer-Leimholzplatte entschieden. Was die Abmessung betrifft, müsst ihr natürlich je nach Einsatzort die Maße eventuell anpassen. Wir haben uns hier für eine Platte von 140 auf 30 Zentimeter entschieden und 87 Zentimeter lange Beine. Als erstes schneide ich die Tischplatte zu. Dafür verwende ich die Parkside Tischkreissäge. Mit der ist es im Handumdrehen erledigt. Auch die Brettchen für die Tischzarge, also die Blende unter der Tischfläche, sind so ruckzuck geschnitten. Jetzt sind die beiden Tischbeine dran. Achtet darauf, dass ihr abgelagertes, möglichst gerades Holz nutzt. Das macht das Arbeiten deutlich einfacher. Wir schneiden zwei Kanthölzer in die gewünschte Länge. Mit der Kappzug- und Gehrungssäge ist das im Handumdrehen erledigt. Jetzt geht es an die Bohrungen. Sowohl für die Holzdübel, als auch für die Schrauben. Da das immer senkrecht erfolgen muss, nutzen wir dazu die Parkside Tischbohrmaschine. Wir bohren zwei Löcher an den Stirnseiten der Zargenleisten, die mit zwei Holzdübeln an den Querbrettern bzw. Tischbeinen verankert werden. Genau wie die langen Stücke der Zarge, die jeweils vier Löcher für die Verbindung zur Tischplatte nach oben bekommen. Und natürlich braucht unser Tisch auch eine Verbindung an die Wand. Also bekommt er noch zwei angesenkte Löcher in der hinteren Leiste der Zarge. Damit der Tisch nicht zu schwer und knobig daherkommt, wollen wir die Beine zum Boden hin etwas schmaler werden lassen. Dazu habe ich hier eine Schablone vorbereitet, um den Schnitt an jeder Seite des Tischbeins exakt sägen zu können. Also nur noch einspannen und dann mit der Tischkreissäge zu schneiden. Deren Laserstrahl ermöglicht es uns, die Schnittlinie ganz sauber zu steuern. Dann sollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, wo wir noch an alle Einzelteile gut herankommen und schleifen die Oberflächen. Das machen wir mit dem Parkside Exzenterschleifer. Um euch lästigen Schleifstaub zu ersparen, arbeitet dabei immer mit dem angeschlossenen Nass-Trockensauger und tragt zur Sicherheit noch eine Staubschutzmaske. Jetzt haben wir alle Einzelteile fertig vorbereitet. Zeit, etwas Farbe ins Spiel zu bringen. Für das Grundieren und Lackieren deckt ihr am besten alles im Raum, was keine Farbe abbekommen soll, ab. Da hier eine möglichst gleichmäßige Farbgebung wichtig ist und Pinsel oder Rolle meist viel können oder Geduld fordert, nutzen wir das Airless Farbsprühsystem. Als drauf kommt die eigentliche Farbschicht. Und vergesst Schutzmaske, Brille und Handschuhe nicht. Stellt die Werkstücke am besten aufgereiht auf zwei Böcke wie hier. Mit dem Airless Farbsprühsystem werdet ihr auf jeden Fall eine nahezu makellose Oberfläche hinbekommen. Gebt dem Ganzen anschließend genug Zeit zu trocknen. Wir wollen ja keine Macken in der schönen, frischen Farbschicht. Was jetzt noch bleibt, ist das Zusammenfügen der Einzelteile. Dafür schleifen wir mit der Delta-Schleifplatte auf dem Multifunktionsaufsatz unseres 4in1-Akku-Kombigeräts die Kontaktflächen der Zargen einmal leicht an. Dann tragen wir Leim auf. Den Unterbau mit Zwingen während der Abbindezeit zusammenpressen, austretenden Leim wieder mit einem nassen Lappen sofort wegwischen. Die Tischplatte fixieren wir mit Schrauben am Unterbau des Tisches. Alles fest? Dann geht es an die Wandmontage. Dafür habe ich die Wand und unsere Heizung schon mit dem Airless Farbsprühsystem im gleichen Farbton wie unser Tisch besprüht. Durch die Bohrlöcher unseres Tisches markiere ich zwei Punkte an der Wand. Um ganz sicher zu gehen, dass hier keine Strom- und Wasserleitungen im Untergrund sind, testet ihr die Stellen mit dem Parkside-Multifunktionsdetektor. Dann setze ich jetzt die Löcher mit dem Akku-Bohrhammer. Das dauert nur Sekunden. Danach das Bohrloch mit dem Nass-Trockensauger aussaugen und die passenden Dübel einschieben. Alles klar? Dann können wir jetzt als letzten Arbeitsschritt den Tisch an die Wand schrauben. Fertig! Sieht gut aus, oder? Die Heizung ist verschwunden und der Tisch ist schön und praktisch zugleich. Und den kann man nicht kaufen. Ein wahres Unikat, passend für eure Wohnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Projekt. Ihr werdet sehen, hier ist der Erfolg am Ende garantiert. Ja, das war es auch schon wieder aus der Parkside-Werkstatt. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und immer dran denken, egal was, du packst das!